Herzlich Willkommen zum Live Talk für Ideenhelden. Mein Name ist Diana Grabowski und ich unterstütze vierseitige Solo-Unternehmer, dabei ihre vielen tausend Interessen in ein erfolgreiches und authentisches Business zu bringen. Und heute haben wir im Live Talk das Thema entspannt erfolgreich sein. Und ich habe zwei Expertinnen hier. Das ist einmal die Shia Stevens und die Sandra Heim. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen und stellt euch doch gerne mal vor, so in ein, zwei Sätzen für euer entspanntes Business. Soll ich anfangen, Sandra? Ja, also mein Name ist Shia Stevens von ShiaStevens.com. Bei mir geht es darum, Experten und Solopreneurer beizubringen, wie sie sich auf dem Markt erfolgreich positionieren, wie sie kontinuierlich Kunden gewinnen und ein Online-Business machen. Und ja, ich arbeite zusammen mit Sandra Heim an einem ganz neuen Projekt. Es geht um diesen entsparten Erfolg. Es heißt Beyond Online-Programm und wir werden heute das vertieft besprechen, denke ich. Sandra, was ist mit dir? Ja, also ich bin Sandra Heim. Ich bin die Gründerin von Mama Revolution. Mit Mama Revolution unterstütze ich Mütter dabei, ihr eigenes Business voranzubringen, so dass sie ihre finanzielle Freiheit zurückerobern, gleichzeitig genug Zeit für die Kinder haben und dabei auch noch irgendwie entspannt machen. Und ja, genau. Und Shia und ich gründen eben gerade dieses neue Beyond-Programm, wo wir uns ganz speziell diesem Thema entspannter Erfolg widmen, weil wir eben gemerkt haben, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass man gerade im Online-Business entspannt erfolgreich bleibt. Und ja, und jetzt bin ich gespannt, wie wir uns austauschen werden. Entspannt und gespannt. Genau, ein schönes Wortspiel. Oft benutzen wir, ja, ich bin gespannt. Aber die Frage ist, muss man wirklich die ganze Zeit angespannt sein und warten, was passiert. Entspannt, gespannt sind wir heute. Sehr schön. Jetzt sagt ihr, ihr habt das in eurem Business schon sehr gut integriert, dass ihr entspannt erfolgreich sein könnt. Und jetzt würde mich auch mal interessieren und wahrscheinlich auch unsere Zuschauer. Sandra, vielleicht magst du da mal beginnen. Was waren da so deine größten Herausforderungen auf dem Weg zu diesem entspannten Erfolg? Wo merkst du vielleicht auch heute immer noch, dass du da immer wieder an diese gewissen Trigger kommst, die dann dazu viel sorgen können, da doch wieder rauszufallen? Also was sind da so deine größten Herausforderungen gewesen und auch vielleicht immer noch ab und zu? Ja, also definitiv. Die Herausforderung besteht immer noch, das ist ganz klar. Also ich habe gewisse Erkenntnisse für mich gewonnen, umgesetzt, die mir das erleichtern und meinen Erfolg entspannter machen als noch zu Beginn von Mama Revolution beispielsweise. Aber ich befinde mich auch auf dem Weg. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin immer total entspannt erfolgreich. Also ich möchte eines Tages mal hinkommen, ja, aber ich bin noch nicht angekommen. Und für mich meine größten Herausforderungen, das waren eigentlich so drei Phasen. Die erste Phase war, als ich Mama Revolution im Hintergrund für mich aufgebaut habe, bevor ich online gegangen bin. Also als ich eine ganze klärende Arbeit geleistet habe. Wie positioniere ich mich? Wer ist ein idealer Kunde? Wie soll meine Webseite aussehen? Wie soll das Branding aussehen? Also diese ganzen Fragen, die man am Anfang klären muss. Und das war eine Zeit, wo meine Tochter noch sehr klein war und die wollte teilnehmen, hatte die längere Phasen, wo die einfach nicht in den Kindergarten gehen wollte. Und in dieser Phase war für mich so die größte Herausforderung, ich will so gerne machen und ich habe aber nur ein mini kleines Zeitfenster, in dem ich wirklich aktiv was für mein Business machen kann. Und da war so wirklich die Herausforderung, einfach in diesem Vertrauen zu bleiben und zu sagen, okay, es dauert, solange es dauert. Und irgendwann ist diese Business-Gründungsschwangerschaft abgeschlossen und dann werde ich rausgehen auf den Markt und irgendwie mich nicht so an so ein fixes Datum klammern, sondern mir zu sagen, hey, und wenn ich ein halbes Jahr später online gehe, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, also im Licht aller Ewigkeit. Wie wichtig ist das jetzt, als ob ich 2013 rauskomme? Ja. Und dann, als ich online war, war das so, dass ich am Anfang wirklich mich sehr stark informiert habe über die ganzen Strategien, die es gibt. Wie macht man das, sich erfolgreich zu positionieren? Und das hat bei mir auch super gut funktioniert von Anfang an, als ich hatte gleich eine gewisse Sichtbarkeit und habe auch schon. Und dann bin ich aber so in dieses Hamsterrad gekommen von wegen, okay, aber um jetzt wirklich das richtig ins Rollen zu bringen, ich muss jede Woche Blogartikel schreiben, ich muss viel auf Facebook präsent sein. Und für mich war das so ein Riesentruck irgendwie dann, ich muss auch privat posten und sowas. Und dann irgendwann für mich zu merken, Moment mal, also im Großen und Ganzen muss ich gar nichts. Ja, ich muss erst mal auf mich hören, was ist für mich wirklich stimmig, was ist mein Weg. Und das war auch so eine Phase, wo ich dann beispielsweise dann in diesen Modus gekommen bin, dass ich meinen Blogartikel nur alle zwei Wochen schreibe. Die Welt ist dadurch nicht untergegangen, ich habe nicht weniger Leser dadurch. Genau. Und in diesen Phasen habe ich einfach gemerkt, hey, es gibt immer einen Weg. Und der Weg ist aber eben nicht im Außen nach den Lösungen zu schauen, sondern wirklich in sich zu gehen und zu fragen, okay, was will ich wirklich mit zu Schritten? Ja. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, den du da ansprichst, auch mit der Zeit. Oft agieren wir so, als wenn wir nur noch ein Jahr zu leben haben. Und wir denken, wir müssen in diesem Jahr alles schaffen. Wir müssen wirklich, es gibt keine Zeit danach. Und was mir auch immer sehr hilft, ist mir bewusst zu machen, wie alt möchte ich werden? Also ich möchte mindestens 80 Jahre werden und ich bin jetzt so 43, 44 fast. Und dann habe ich ja fast 40 Jahre noch, in dem ich das alles verwirklichen kann, in dem ich mich einbringen kann. Und mir das bewusst zu machen, hilft mir auch sehr, da mal ein bisschen ruhiger zu werden und da zu sagen, okay, also ich habe noch ganz viel Zeit und es muss nicht alles in diesem einen, einem Jahr passieren. Ja, sehr schön. Und Schiele, was ist so deine große Herausforderung, wo du vielleicht auch heute immer noch mal merkst, oh, schwupps, da ist sie wieder. Und für dich aber auch dann schon Wege gefunden hast, damit umzugehen, wenn das Thema so Knopf-Knopf wieder anklopft. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du fragst, was ist mein Crazy, das ist das, was ich daraus höre. Weil wir haben, meine Mentorin Nicola Byrd hat immer gesagt, wir haben alle ein aktuelles Crazy, was uns irgendwie beschäftigt. Das ist eine Anhäufung von Gedanken. Und diese Gedanken hören wir, weil meistens sind sie im Stimmen in unseren Köpfen und da werden Gefühle ausgelöst und wir werden, ein ganz Fuchsteufelsbild um diese Idee herum. Und mein Crazy eigentlich über Jahre und das, was immer wieder manchmal kommt zum Besuch, ist sinnbildlich mein Online-Kalender. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade organisiert habt, aber bei mir ist es so, ich habe einen Google-Kalender und dort münden sich alle Termine, die ich beruflich und privat habe. Und ich sehe jede Woche, wenn ich möchte, könnte ich am Sonntag oder Montag auch machen. Und es wäre voller Pulle, ja. Also Coaching-Termine und Interviews, wie wir heute haben. Und Programme, an denen ich arbeite und Verabredungen, wie gestern Abend bei Martina Tartley. Und früher war das halt bei mir so, ich habe, dieses Kalender war für mich ein Sinnbild von Stress und Ungelassenheit. Gibt es überhaupt ein Wort von Ungelassenheit? Also das Gegenteil von Gelassenheit, ne? Gestrestheit. Gestrestheit. Ja, und ich habe, ich kann mich erinnern, ich habe in Masterminding-Treffen immer meinen Kalender mitgebracht und war ganz drauf gebrocht, Leute zu zeigen, wie voll mein Tag ist. Ja, jetzt müsste ich mir anderen und mir selbst beweisen, wie stressig ich es habe und wie viel es zu tun gibt die ganze Zeit. Und ich fühlte mich wie immer, egal was ich tue, ich schaffe das alles nicht, es ist stressig, ich habe zu viel auf meinem Teller. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, also vor einiger Zeit, dass das ist nur eine Gewohnheit, die ich mir mache, um mir selbst stress zu machen, diesen Kalender anzuschauen und mir selber innerlich vorzuführen, was ich alles vorhabe, nicht schaffe, sozusagen. Und ich habe aber allerdings, ich bin ein bisschen suspicious geworden. Wie heißt das auf Deutsch? Ja, ich habe irgendwann mal eine beliebige Woche hingeschaut und gemerkt, ah, mein Kalender ist so voll wie immer, aber irgendwie diese Woche fühle ich mich darüber nicht schlecht. Ich fühle mich gut, ich fühle mich inspiriert, ich fühle mich dankbar, dass ich all diese Kunden habe, diese Gelegenheiten für Gespräche, wie wir haben. Und ich habe irgendwann mal gesehen, hey, Moment, das ist gar nicht im Außen das, was mich hier innen verrückt macht, weil manchmal kann ich da hinsehen und es ist total entspannt und freudig und so weiter. Also da bin ich quasi auf die Schliche gekommen, dass dieser Kalender nicht mein Feind ist und dass es eine Sache im Außen ist, die mit meinem inneren Gefühl nichts zu tun hat. Und dennoch erwische ich mich manchmal immer wieder bei diesem Besucherkalender irgendwie, der kommt und der Gedanke aufkommt, das ist zu viel, ich schaffe das nicht, das ist stressig oder sonst was. Aber dadurch, dass ich auf die Schliche gekommen bin, kann ich das, je länger die Zeit voranschreitet, immer entspannter mit dem umgehen. Das ist super, das heißt, du merkst es dann auch recht schnell, wenn dieses Crazy aufpoppt und weißt, okay, wo habe ich das einzuordnen und wo kommt das her und das kommt aus mir und dann kannst du gleich ganz anders damit umgehen. Ja, und wenn du merkst, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meistens bei dem Crazy ist das meistens so ein Ding, wo man mit anderen darüber häufig spricht. Und man langweilt sich selber, wenn man irgendwie das dabei erwischt. Ich rede schon wieder über diesen vollen Terminkalender. Und ich weiß nicht, wann das war. Es war irgendwo diese oder letzte Woche. Ich habe jemandem meinen Kalender gezeigt oder zeigen wollen und ich dachte, Moment, das ist das, wo du wieder beginnst, wenn du jemandem beginnst, das zu zeigen. Das heißt, du bist im Crazy-Modus wieder. Ist das so dieses Crazy, also ich finde, ich habe verschiedene Crazys und die wechseln sich dann so ab. Und dann das eine Crazy ist dann gerade irgendwie, fühlt sich so gelöst an, aber statt dann erleichtert zu sein und einfach entspannt zu sein, poppt sofort das nächste Crazy auf und schiebt immer. 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 Und ich finde es auch total wichtig, so gewisse Gewohnheiten auch nochmal zu überdenken. Also mein Crazy ist zum Beispiel Facebook ganz oft. Ich habe so eine ganz doofe Angewohnheit, dass ich abends vorm Schlafengehen nochmal in mein iPhone gucke. Ah, wer macht dann, wer postet da was und dieses. Und dann denke ich so, oh je, Mensch, das müsstest du auch noch machen. Und boah, und der hat jetzt da schon wieder eine Aktion gefahren. Der findet schon wieder die nächste Challenge an. Und oh mein Gott, ich sollte auch noch diese Challenge jetzt endlich mal starten. oder die Sachen machen. Und da habe ich für mich gemerkt, okay, zumindest diese Gewohnheit, die muss ich einfach canceln. Mein Handy wird abgeschaltet, schon bevor ich schlafen gehe, also am Nachmittag oder am frühen Abend. Und dann gucke ich abends nicht mehr rein und schaue da nicht nach rechts und nach links, was machen die anderen. Sondern für mich ist jetzt hier die freie Zeit, wo Business auch mal Pause hat und wo ich Zeit mit meinem Liebsten verbringe, wo ich auch mal mir dolle Filme anschaue oder einen Roman lese und dann einfach weiß, okay, und jetzt lasse ich dieses Handy aus und ich schaue jetzt nicht bei Facebook rein. Also da habe ich auch gemerkt, das hat auch zu tun mit Gewohnheiten, die man dann mal einfach ändert und sagt so, okay, so jetzt nicht mehr, damit dieses Crazy einen gar nicht packen kann. Ja, und das Ding ist auch das, also hier kommt noch eine profikative Gedanken dazu. Darf ich das machen, Diana? Ja, bitte, unbedingt. Weil viele meiner Kunden, also wirklich, es gibt gerade zwei Themen in 2016, die aufgepoppt sind. Sandra, du kannst mir sagen, ob das bei deinen Kunden auch so war. Und zwar Facebook ist ein Thema, was vielen Menschen wahnsinnig stresst. Also so viele Leute kommen in dieses 1 zu 1 Gespräch mit mir und sagen, du, ich mache mich verrückt wegen Facebook, was soll ich da machen? Ja, also genau wie du das beschreibst. Das Zweite ist das, was du vorhin beschrieben hast mit dem, die Idee, ich habe nur ein Jahr zu leben, es geht mir alles nicht schnell genug. Diese willkürliche, zeitliche Angaben und Zielsetzungen, die wir machen, die irgendwo herkommen. Wer weiß was, wie wir darauf gekommen sind, dass es in dieser Zeit so passieren muss. Und was ich bei Facebook merke und das, was du ansprichst, ist eine, du veränderst was im Außen, damit es dir im Innen was besser geht. Das heißt, du sagst, ich gebe ein paar Regelungen hin und ich schaue nicht hin. Die wirkliche, noch höhere Freiheit ist, wenn du es schaffen könntest, in Facebook zu schauen und es würde dir nichts antun. Und das ist der Unterschied von diesem Innen nach Außen anstatt Außen nach Innen. Und häufig, wenn man dabei ist, diese Crazy zu managen, wir beginnen automatisch mit diesen Strategien im Außen. Außen, das ist ganz natürlich und das sagen uns auch alle. Wir sollten im Außen was verändern. Aber darum geht es im Beyond, dass wir wirklich hier innen drin anfangen. Sona, hast du einen Gedanken dazu, was du ergänzen möchtest? Also das, was mir jetzt einfach noch aufgefallen ist, als du das mit dieser willkürlichen Zielsetzung erzählt hast, was ich auch ganz oft bei meinen Kunden erleben kann, ist eben wirklich so dieses, die Messlatte so extrem hoch setzen. Und irgendwie so nicht das Gefühl dafür zu entwickeln, okay, aber was ist denn wirklich machbar? Also ich will entspannt sein. Meine Kundinnen sind auch noch Mütter, denen ist es ganz schön, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und dann aber im Business-Bereich die Messlatte so hoch legen, wo ich denke, okay, das ist machbar. Aber letztendlich brauchst du dafür dann wirklich volle Power, volle Konzentration nur auf dein Business. Und das war für mich irgendwie so auch eines der Dinge, die mir von Anfang an irgendwie geholfen haben, Mama Revolution langsam, aber kontinuierlich auch, dass ich einfach mir die Messlatte nicht so hoch gelegt habe. Ich bin gestartet und habe gesagt, mein Ziel für das erste Dreivierteljahr ist einfach, ich möchte zwölf zahlende Kundinnen an Bord nehmen, die die Pakete kaufen. Das ist natürlich für einen etablierten Coach, der denkt sich, ich habe zwölf Kunden, das ist ja gar nicht so ungefähr. Aber für mich war es die Welt. Einfach so diese Erfahrung zu machen, boah, mein Angebot kommt an, ich werde gebucht und sowas. Und von da kann man dann weiter aufbauen. Wenn man sich die Messlatte aber so hoch setzt, dass man die Ziele nie erreicht, das zieht einen so runter und dann hat man keine solide Basis, von der man dann Schritt für Schritt für Schritt dann weiter wachsen kann. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst, Sandra, das erlebe ich bei meinen Ideenheldenkunden auch immer wieder, dass ganz oft dieser Perfektionismus und diese hohe Messlatte jegliche Freude auch einfach verhindert, weil sie schaffen es nie, das zu erreichen, weil die Ziele so hoch sind. Und dann spielt auch immer so dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, es ist nie genug, was ich gebe, ich muss noch viel mehr geben und die anderen sind ja schon viel weiter und die machen ja viel mehr. Habt ihr so von dem Ansatz her, den ihr auch im Beyond folgt, da auch vielleicht für die Zuschauer noch einen Tipp oder einen Ansatz, wo sie genau damit arbeiten können, wirklich dieses, das zu umgehen oder das für sich zu lösen, dieses, ich bin nicht gut genug und ich muss ja noch viel mehr leisten, damit ich überhaupt erst mal erfolgreich sein kann? Ja, soll ich anfangen, Sandra, mit dem? Guck mal, was da kommt. Also was mir in dem Moment einfällt, wenn du darüber redest, Diana, ist diese Idee, also einerseits das Getriebensein, ja, also das, was Sandra anspricht ist, und du auch vorhin, ist irgendwie einfach hinzuschauen, was treibt mich jetzt gerade, warum fühle ich mich so wahnsinnig getrieben? Wo will ich überhaupt hin gerade? Also renne ich einfach mit allen anderen, bei allen anderen, sagen, sei irrsinnig präsent auf Facebook und baue die Liste in die Größe auf und bringe diese Menge von Umsatz in dieser bestimmten Zeit ein. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwo da draußen entsteht so allgemeingültige Empfehlungen oder Messlatten im Außen, die einfach da sind, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo sie herkommen. Wer ist die Autorität, frage ich mich immer, der gesagt hat, das muss so sein. Und dass du dich fragst, was mache ich hier gerade? Also lasse ich mich einfach treiben von dieser allgemeingültigen Ideen oder Vorstellungen, die da draußen am Markt sind? Und was ist das Gefühl am Ende des Tages, was ich gerade haben möchte? Weil eigentlich sind wir Gefühlsjunkies in unserem, du kennst das gell, Diana. Sandra, welches Modul war das? War das in, ich glaube, klarer Kopf, oder? Oh, nee, nee. Zwei, ne? Zwei, ob ich das jetzt. Diana weiß das, in unserem neuen Grundlagentraining. Und zwar die Idee, eigentlich sind wir Menschen so programmiert, dass wir Gefühle erleben wollen. Da entsteht unsere Zufriedenheit, unser Glück, dass ein Gefühl irgendwo entsteht. Und wir denken, wenn wir irgendwo mitschwimmen mit diesen allgemeingültigen Vorbildern, dass wir irgendwann mal eine Sache erreicht haben, was uns ein Gefühl schafft von Erfolg, von gut genug sein, von anerkannt sein, whatever. Und am Ende, wenn man zurückblickt und alles zurückschält wie eine Zwiebeln, was wollen wir wirklich? Wir wollen geliebt werden, wir wollen dazugehören, wir wollen uns fühlen als, ja, gehören wir einfach hier dazu und sind wertgeschätzt letztendlich. Und wir können das jetzt schon fühlen, ohne da draußen überhaupt was tun zu müssen. Aber das verkennen wir einfach die ganze Zeit. Sandra, was denkst du dazu? Ja, gut. Und nochmal Stichwort innerer Antreiber oder du kannst das auch innerer Kritiker nennen oder sowas. Das ist irgendwie so für mich, auch im Beyond, für uns, wir sagen ganz klar, die Geheimwaffe für entspannten Erfolg ist dein Mindset. Und einfach eine neue Sichtweise auf die Dinge zu gewinnen. Und wenn du dieses Getriebensein hast und dieses typische Unternehmerphänomen, ich muss schneller, weiter, höher und man kriegt nie genug und fühlt sich nie wirklich sicher und nie wirklich gut versorgt, sondern es geht immer weiter, dass man dann einfach mal innehält und sich das ganze Rauschen mal bewusst anschaut und bewusst hinhört, okay, was geht mir da eigentlich die ganze Zeit durch den Kopf? Und sich dann auch klar macht, okay, diese Gedanken schießen mir zwar die ganze Zeit durch den Kopf, aber das heißt noch lange nicht, dass das die Wahrheit ist. Ja, also der innere Antreiber lügt und der innere Kritiker, der lügt auch. Ja. Und das muss man so bewusst machen, dass man eigentlich einem Lügner folgt und nicht der inneren Weisheit. Weil die gibt dieses, also dieses, da wo wir auch gerne mit unseren Teilnehmern in Beyond hin möchten, wirklich so zu diesem Wahrnehmen dieser inneren Weisheit, die ist halt viel dezenter und die drängt sich nicht auf. Die hat eine leisere Stimme, aber sie versetzt einen niemals in Druck und Hetze und zwar ist was ganz, ganz anderes. Und genau, und da möchten wir auch hin. Darf ich darauf aufgreifen, was Sandra gerade sagt, weil das ist so wichtig. Ich glaube, da entsteht auch eine Verwirrung, die wir haben. Nämlich, wie sie sagt, also wir sind es, wir sind es gar nicht mehr gewohnt, in diesem ruhigen, stilles und tragendes Gefühl, wie wir das nennen, zu sein. Wir denken, irgendwas ist falsch, wenn ich ruhig bin. Also wenn ich ruhig bin und bei mir und geerdet und nicht gehetzt von außen, dann heißt es, ich kann da nicht mithalten. Oder es heißt, ich bin nicht motiviert scheinbar. Ich bräuchte einen Tritt in den Arsch. Das ist auch das, was viele von mir wollen, wenn sie in die Kenneleingespräche kommen. Und ich frage, was wünschst du dir für eine Begleitung durch einen Coach? Ich möchte, dass jemand mich in den Arsch tritt, weil ich scheinbar nicht genügend selber und so weiter. Und ich glaube, da herrscht ja auch eine allgemeine Verwirrung, weil wir werden durch die Medien, durch Social Media, durch alles, was im Außen passiert, unsere schnelllebige kapitalistische Gesellschaft, wenn man so will, in den Westen, wo wir sind, getrieben von Commerce und Impulse und all diese Dinge. Und wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, die nächsten Kicks zu suchen, das nächste Ding, was mich inspiriert, das nächste Ding, was mich motiviert. Und manchmal gehen wir zu Webinaren oder zu, keine Ahnung, ein Retreat oder ein Kurs irgendwo hin. Und wir denken, das war erfolgreich, wenn wir uns aufgepusht fühlen am Ende. Ich bin hochmotiviert und ich habe diesen Arsch tritt gekriegt und ich gehe den Weg. Und das ist, wie wenn man den falschen Norden hat. Der Kompass ist falsch eingestellt. Und das, was Sandra gerade sagt, ist, den wahren Norden, wenn man seinen Kompass anschaut, ist, bin ich gerade ruhig und gelassen und bei mir habe ich dieses stille und tragende Gefühl. Bin ich in Verbindung mit meiner Weisheit? Und wenn wir beginnen, das zu respektieren gegenüber dieses andere Gefühl, was wir haben, ich glaube, da beginnt schon ein Schiff stattzufinden. Ja, und genau das ist auch der Punkt, wo dann wirklich die Geistesblitze, wo die Inspirationen kommen, wo genau die Ideen dann herkommen, die dann wiederum die Umsetzung wie ganz natürlich nach sich ziehen. Und das ist auch dieses, wenn wir so laut sind und immer am Rennen und am Machen und am Tun, hören wir diese leise Stimme gar nicht. Und dann ist es, dann überhören wir die und übertönen wir die. Und wir, und den Weg, den wir gehen, der ist viel schwieriger. Und wenn aber diese leise Stimme durchkommt, ich vergleiche das auch immer mit so, dass es eine Zeitersparnis ist. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Märchen von dem Hase und dem Igel? Ne, der, ne, die Laufenden und Laufen und der Igel, der ist dann immer irgendwie schon da. Und der Hase, der rennt sich, der ist ja ganz schnell, ne? Der rennt und rennt und rennt und rennt. Und egal, wann ihr einmal wieder zum Ziel kommt, der Igel ist schon immer da. Und ganz entspannt sitzt der Igel dann da und ach, schön kommst du auch mal wieder. Und der Igel, der hat das nämlich verstanden. Der hat sich überlegt, ah, okay, wie komme ich da hin? Und mach das ganz entspannt. Und das ist so ein Märchen, ne? Das fällt mir dann und in dem Fall immer wieder ein, ne? Und das ist auch genau das, wie ihr so geschrieben habt. Das ist einfach dann viel natürlicher und man ist dann viel schneller im besten Fall auch, ne? Wo man es gar nicht vorgehabt hat. Ja, letztendlich ist es ein Quantensprung, den du machst, ja? Etwas, wenn du dich nur an diese äußeren Gesetzmäßigkeiten hältst, ja? Ich muss das, 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 das machen, um dann da hinzukommen. Dann wirst du diesen Sprung nicht machen können. Für den Sprung musst du wirklich einfach einen ganz anderen Ansatz annehmen. Und dann kannst du auch Zeit sparen, ja? Und auch noch die Präsenz entwickeln, den Weg zu genießen. Und vielleicht kommst du dann auch ganz woanders hin, als du ursprünglich dachtest, dass du hin willst. Genau. Und wenn wir da jetzt nochmal schauen, so speziell für Ideenhelden, die das ja kennen, ständig schießen die neuen Ideen ein. Und dieses, boah, das muss ich machen und jenes muss ich machen. Dann fällt es ja total schwer, wirklich in diese Gelassenheit zu gehen, in diesen Zustand zu kommen, wo diese Dinge von allein passieren können oder wo so eine Bedächtigkeit ist, wo es aus dem Innen herauskommen kann. Was habt ihr da noch für Empfehlungen oder Tipps für Ideenhelden, die von diesem Gedankenrauschen oder Ideenrauschen manchmal echt wahnsinnig werden, um wie sie da auch wieder zur Gelassenheit und zu diesem Entspannteren auf Eingehen kommen können? Ja, Sandra sieht schon, ich habe da eine Idee. Ja, ne? Ja, also auch hier wäre, glaube ich, ganz wichtig für die Ideenhelden hinzuspüren. Weil die Tatsache, dass man viele Ideen hat, ist überhaupt erstmal gar kein Problem, sondern ein Segen. Oder? Ich meine, das ist doch toll. Ich bin nicht jemand, der mit ihren Ideen übersägt ist. Also ich müsste mich manchmal anstrengen für eine gute Idee. Also es sei erstmal gesägt, dass du das hast. Und ich glaube, wenn ich in mich gucken würde, was ist das Gefühl, was bei diesen vielen Ideen entsteht? Also wenn ich in einem Gefühl von Dringlichkeit bin, in einem Gefühl von Enge und irgendwie crunchy, irgendwie, oh Gott, ich habe diese viele Ideen, das ist ein Problem. Alle sagen, ich muss nischiger werden, ich muss nur eine Sache umsetzen, ich muss mich auf eine Sache konzentrieren. Also wenn diese Stimme hochkommt und man fühlt sich falsch dafür und man beschäftigt sich die überwiegende Mehrheit der Zeit mit diesen Schuldgefühlen oder das Andersseinwollen, als man ist, das ist unheimlich anstrengend. Das sehrt einem wirklich voll an die Energie. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine Ideenheld sehr wenig entspannt macht. Also insofern würde ich prüfen, was ist mein Gefühl bei diesen vielen Ideen, die ich habe. Wenn ich jedoch eben beim wahren Norden bin, ich gucke auf meinen Kampus und ich sage, hey, ich bin bei mir und irgendwie mir sprudelt diese Idee und ich folge das vor einem Tag und am nächsten Tag verfolge ich eine andere Idee, aber das bringt mir Flow und Freude und Spaß, dann würde ich sagen, hey, dann ist das so. Dann vertraue darauf, dass irgendwas in deinem Unternehmergeist, wie Sandra und ich das nennen, ist, dass dein Geist dich von dem Unternehmergeist in eine Richtung leitet, die wunderbar ist, wo unheimlich viele Möglichkeiten auf dich warten, die du momentan vielleicht nicht sehen kannst und gehe mit dem. Es ist gar nicht die Ideenmenge, die das Problem darstellt, sondern die Gedanken, die damit verbunden sind. Oder, Sandra, wie siehst du das? Ich habe bestimmt auch dieses Buch Big Magic von der Elizabeth Gilbert gelesen. Also nicht Jana, das kann ich so sagen. Okay, gut, aufschreibe ich mir auch. Big Magic, ja. Big Magic, great book. Ja, das ist so schön. Und sie beschreibt eben sozusagen eigentlich den Zugang zum kreativen Leben. Ja, also das wirklich wieder kreativ zu leben. Und sie beschreibt das so, dass sie das so sieht, Ideen fliegen überall rum und sucht sozusagen die ideale Person, die diese Idee annimmt, um sie umzusetzen. Ja. Und ihr kommt auch immer wieder diese Ideen zugeflogen und sie überprüft das dann und sagt dann, okay, also du bist echt eine tolle Idee, aber ganz ehrlich, ich bin nicht die Richtige, um dich jetzt... Bitte fliegt weiter und sucht eine bessere Person, die besser passt, ja. Also vielleicht das auch nochmal so als Impuls. Ideen kommen und das ist toll. Und man kann sie ja wertschätzen und anerkennen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man wirklich jede Idee auch umsetzen muss. Ja, und darum geht es. Entschuldigung, Diana, aber ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, es ist total schön, was Sandra gerade sagt. Eigentlich könnte man immer das zurückdenken auf hier zurück, innere Weisheit. Viele Ideen da. Entweder deine innere Weisheit sagt dir, konzentrier dich lieber auf eine Sache, wird wählerisch. Und du wirst es wissen. Du wirst selber dieses innere Bedürfnis und Wissen spüren, das zu tun. Oder dein inneres Wissen sagt dir, ist eh kein Problem. Gehe die verschiedenen Impulse nach und hab Spaß dabei. Wichtig ist einfach, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur das, was gerade ansteht und was dein persönlicher nächsten Herzensschritt ist. Und das könnte durchaus sein, dass man sagt, okay, ich fokussiere mich gerade, weil das gerade sich gut anfühlt. Ja, super, genau. Und was auch total hilft, also mir auch hilft als Ideenheldin, ich schreibe mir die auch erstmal auf. Ich sortiere die, ich sammle dir die Ideen und schaue dann später nochmal rauf. Habe ich immer noch diese Begeisterung wie ganz am Anfang und möchte ich das wirklich umsetzen? Oder ist das was, was ich einfach in dieser Ideenbox noch eine Weile drin liegen lasse und später vielleicht umsetze? Und das andere ist auch, was du gerade auch noch angesprochen hast, diesen Kompass. Also diese Idee, unterstützt mich die dabei, meinem Norden zu folgen und meiner großen Vision zu folgen? Dann ist es ein wichtiger Schritt, den ich umsetze. Aber wenn es eine Idee ist, die, ach ja, es wäre schön, das würde ich auch noch machen, dann merke ich so, nee, dann ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und schön, ganz tolle Inspiration, Sandra, mit dem, ne, dann ist jemand anders vielleicht auch da. Dann vielleicht auch die Ideen dann auch weitergeben und zu sagen, du, ich hatte da eine Idee, aber ich glaube, das ist eher was für dich, das wäre was, ne? Also wirklich auch dann großzügig damit umzugehen und zu sagen, ich behalte einmal Ideen für mich, sondern dann auch wirklich zu sagen, okay, ne, ich schenke dir diese Idee, setz du sie doch um und berichte mir, wie es gelaufen ist und wie die Leute es angenommen haben, ne? Vielleicht auch da diese Großzügigkeit in die Welt zu bringen und die Ideen dann auch andere damit, ne, zu beglücken und zu sagen, guck mal, schau mal, diese tolle Idee wäre das nicht was für dich. Diana, das ist so schön. Wolltest du was sagen, Sandra? Du solltest das vielleicht bei dir in der Ideengruppe, machst du irgendwie so einen Ideenverschenktag oder so. Ja, genau, das ist super. Das ist wirklich gut und ich habe eine Geschichte, die dazu gepasst. Ich hatte vor, ich weiß nicht, wann das war, eineinhalb oder zwei Jahre, ich habe irgendwo dieses Innere, den Wunsch oder die Idee, ich müsste neue Pakete entwickeln und die müssen mit Gruppenbestandteilen was zu tun haben und skilierbar sein und so weiter. Und ich habe monatelang an diesen verrückten Paketen gearbeitet und sie wollten nicht wirklich geboren werden. Also irgendwie, ich habe immer wieder mal einen Schritt gemacht, aber sie wurden nicht fertig. Und irgendwann mal habe ich in einem Willensakt einfach diese Pakete fertiggestellt und dann lagen sie ewig dann auf meinem Dropbox irgendwo drin. Ich dachte mir, mein Gott, was ist mit dem? Und ich habe mit Stress und Druck gemacht und warum hast du das noch nicht jemand präsentiert und so weiter. Dann hatte ich ein Gespräch mit einer Kundin und sie sagte, Schalja, sie ist Mama auch von drei Kindern und sie schmeißt das ganze Geschäft, bringt alle Umsätze rein für eine fünfküpfige Familie und die Kids sind nebenbei zu Hause in Unschooling. Also sie gehen nicht in die Schule, sie sind zu Hause den ganzen Tag. Also ihr könnt euch vorstellen, was für eine Powerfrau das ist. Und sie meinte, Schalja, ich brauche jetzt echt Konzepte, wo ich weg von diesem One-to-One gehe und mehr mit Gruppen arbeite. Und ich aus meiner Frust heraus habe gesagt, Olga, weißt du was, ich schicke dir die Pakete, die ich mit voller Arbeit über Monate gemacht habe und du kannst die haben. Ändere die Namen, whatever du verändern willst und dann kannst du die haben. Ich schwöre, das ist echt, echt wahre Geschichte. Binnen zwei Tage hat sie die genommen. Sie hat nicht nur die umgeändert in ihre Sprache und so für ihr Thema passten, sondern sie hatte binnen zwei Tage sechs Teilnehmer an Bord für das Programm, das dort beschrieben wurde. Und ich war so erleichtert, weil ich plötzlich erkannt habe, wir machen nicht alles, was wir machen für uns. Oft sind Ideen, die wir haben, eigentlich gar nicht für uns, sondern die sind für jemand anderes gedacht. Und das war natürlich ein sehr plakatives Beispiel. Aber ich finde, das ist wirklich witzig, dass du das sagst, Diana. Schön, ja. Und vor allem, dann kann es ja auch wieder zurückkommen. Es kann ja auch dann sein, dass jemand andere sagt so, du, schau mal, für dich, ich habe da was kreiert und ich habe das Gefühl, das ist genau für dich das Richtige. Und auf irgendeinem Weg kommt das dann wieder an. Also ich glaube da auch wirklich an dieses Fließen und Geben, Nehmen, dass sich das eh im Universum alles wieder ausgleicht. Und dann, ja, darfst du vielleicht auch schon gespannt oder entspannt gespannt sein, was dann vielleicht auf dich zukommt noch von anderer Seite. Toll. Ja. Schön. Ihr habt ja jetzt auch immer mal wieder das Beyond-Programm angesprochen. Ich bin selbst Teilnehmerin und bin sowas von begeistert. Juhu! Weil sich bei mir schon... Dabei. Ja, super. Ja, bei mir hat es... Entschuldigung, Sandra. Ich habe nur gesagt, wir sind so froh, dass du mit dabei bist. Ja, es ist grandios. Bei mir hat sich schon so viel verändert. Also das wollte ich auch noch mal mit euch teilen. Ich habe eine... Ich gehe regelmäßig tanzen, montags bei der Christine Gasser. Und seit zwei Jahren gehe ich da tanzen. Und es fällt mir sogar beim Tanzen normalerweise total schwer, meinen Kopf freizukriegen. Weil ich immer denke, oh, mit dem Business und hier noch und da noch. Und seitdem ich im Beyond-Programm bin, hat mich die Christine angesprochen. Die Anna, mit dir ist irgendwas anders. Ich sehe das. Du kannst tanzen wieder. Du bist dabei. Du bist entspannt. Was machst du denn? Was ist denn da los? Und ich habe ihr gesagt, dass ich in eurem Programm bin. Und ich merke, es hat sich für mich so viel schon verändert. Und ich bin gerade noch beim Grundlagenprogramm und habe so viele wertvolle Impulse gekriegt. Und es ist oft gar nicht so, dass es nur das ist, was ihr sagt. Eure Tipps sind super und auch eure Erfahrungen. Aber es schwingt was mit. Und das kann man nicht in Worte fassen. Und das ist das, wo ich mache eine Lektion und denke danach, wow, es fühlt sich anders an. Und ich kann es gar nicht sagen, was es genau ist. Und das wollte ich halt einfach auch nochmal mit euch und mit den Zuschauern teilen. Das ist grandios. Manchmal sage ich, wow, ich bin jetzt schon wieder hier so drin. Machen, machen, machen. Ach, ich schaue mir einfach mal eine Lektion an. Dann komme ich wieder in einen anderen Space. Und das ist das Grandiose. Und das wollte ich halt einfach gerade hier mit euch teilen und mit den Zuschauern. Ich habe es jetzt auch bekommen. Das ist so schön. Und Tiana, ich weiß genau, was du meinst. Weil diese Sachen, die wir vermitteln. Also Sandra hat ihren persönlichen Entwicklungsprozess gemacht, bis sie hergekommen ist bei Beyond. Ich habe meinen persönlichen Entwicklungsprozess gemacht. Wir haben mit verschiedenen Mentoren gearbeitet, die uns diese Grundlagen beigebracht haben. Und ich weiß noch, bei mir, ich habe in den letzten zwei Jahren war ich stark bei Nicola Byrd, bei Michael Neal, bei George Pransky, die eher zu diesen Three Principles gehören. Und ich weiß noch, ich habe häufig gesessen live vor Ort in ihren vorträgenden Workshops oder manchmal online. Ich habe nicht immer die Wörter verstanden, die sie gesagt haben. Aber irgendwo, wie du sagst, da war ein Grundgefühl, eine Schwingung, eine Energie. Und wenn du das so sagst, dann kann ich so mit dem Einklang gehen, mit deiner Erfahrung, weil ich die gleiche Erfahrung hatte. Weil die Wörter nicht so wichtig sind. Wir sagen das auch zu Beginn von diesem Grundlagentraining. Vergiss die Sprache, die wir sprechen. Und ob du das verstehst oder nicht, was wir gerade sagen. Es geht um eine innere Wahrheit, die wir alle haben, die durch diese Stimmung, diese Schwingung, dieses Space quasi wieder zum Vorschein kommt plötzlich. Weil wir dadurch ruhiger werden. Also ich glaube, das ist das Ding, oder Diana? Wie hast du das erlebt? Genau, es öffnet neue Räume und es hebt sich die Schwingung an und dadurch können diese Räume frei werden. Und dann kann dieses, was ihr vorhin auch angesprochen habt, dieses leise wieder durchkommen. Und ich merke das auch, wenn ich in Zuständen starker Kreativität bin, wenn mir Ideen kommen und so weiter, dann bin ich genau in diesem Raum. Und gerade bei kreativen Menschen ist das, die dann auch erfolgreich sein wollen, die einen starken Antreiber haben, wie es auch bei mir der Fall ist. Ich wechsle immer zwischen diesen Zuständen. Und es gelingt mir manchmal wirklich toll, in diesen Space zu kommen. Und dann wiederum bin ich so im Machen, Machen, Machen. Und euer Programm hilft mir, diesen Flow immer mehr zu integrieren in das restliche Business. Und das ist auch das, wo ich einfach merke, was dieser große Schatz ist, diese Integration. Also es ist nicht so, dass man sagt, so jetzt mache ich hier Strategien. Ich meine, wir Unternehmer, wir sind, die sind schon auf dem Punkt, wo wir sagen, wir sind erfolgreich in unserem Business. Wir wissen, wie es geht, wir kennen die Strategien und so weiter. Also da braucht man oft gar nicht mehr noch neue Impulse. Aber diese andere Sache, dass die wieder durchscheinen kann und sich mit dem verpflichtet, also dass wirklich das eine Einheit gibt. Und das merke ich in dem Programm, dass das auf ganz natürliche, leichte Art und Weise fast wie von selbst passiert. Du hast schon alles gesagt. Also wenn ihr gerne noch, also aber das war jetzt einfach, das kam jetzt einfach so ganz impulsiv aus mir raus. Das war jetzt auch gar nicht geplant. Aber wenn ihr gerne noch ergänzen wollt, aber ich denke auch immer, es ist von jemandem, der das Programm macht, auch immer ganz schön zu erleben, was es auswirkt. Aber wenn ihr sagt, so jetzt, aber da ist noch ein Aspekt oder so, den würde ich jetzt gerne noch den Zuschauern mitteilen vom Bion-Programm, habt ihr die Möglichkeit, sehr gerne das hier zu tun? Also das, was ich eben gerade noch mal sagen wollte, ist wirklich, ich finde das echt die große Chance. Wir haben schon diesen Schritt gegangen, wir haben uns selbstständig gemacht, wir bringen unsere eigenen Ideen in die Welt. Und das jetzt noch zu verbinden mit dieser inneren Weisheit, so dass Dinge entstehen können, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass sie auf uns warten. Und diese Dinge, die tauchen eben erst dann in unserem Sichtfeld auf, wenn wir die vorgefahrenen, festen Strategien einfach mal loslassen und uns gut entwickeln, echt zu vertrauen und zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade diese Idee und die kommt ganz tief von mir innen raus. Strategischer Sicht macht das jetzt vielleicht gar nicht so viel Sinn, aber ich merke, das ist das Richtige. Und dann können sich Türen öffnen, die wir jetzt noch gar nicht sehen. Und bei Bion, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, eben was uns eben auch so wichtig ist, ist, dass wir diese Community zusammen aufbauen. Wir haben es ja gestern geschafft, genau. Einige tolle Männer sind immer mit dabei und immer herzlich willkommen. Aber weißt du, wenn wir als Unternehmer mit diesem Spirit zusammen diesen Raum halten, von dem du auch gesprochen hast, dann wird es allen viel leichter fallen, diesen Schritt zu kommen. Und echt endlich an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, hey, wir sind selbstständig, wir erleben unsere Vision und wir sind auch noch richtig entspannt erfolgreich dabei. Super, ganz toll. Ja, und vielleicht noch ergänzend dazu, dieser mehr Gelassenheit und mehr Zuversicht gewinnen, weniger Sorgen, Ängste, das wird alles passieren, absolut. Und das ist alleine lohnenswert, um an deinem Mindset und deinem inneren Spiel zu arbeiten. Was Sander und ich auch festgestellt haben ist, nicht nur du wirst dich besser fühlen und wieder zurück zu dieser inneren Freiheit, warum du dich überhaupt selbstständig gemacht hast, weil du wolltest Freiheit und du findest da zurück zu dieser wirklich wahre Freiheit und fühlst dich entspannter. Aber was wir auch gemerkt haben ist, wenn du bei dir bist, dann hast du eine andere Ausstrahlung. Du bist für andere anziehender attraktiver. Du hast, wie Sandra sagt, wenn du ruhiger wirst und wirklich zulässt, dass Ideen zu dir kommen, die andere vielleicht nicht empfangen, weil sie zu beschäftigt sind, Kopf runter mit den Strategien anderer abwickeln, dann plötzlich hast du eine innovative Business-Idee, die einzigartig ist auf dem Markt. Jeder sucht nach dieses USP, aber du brauchst gar nicht zu suchen, du brauchst einfach nur bei dir anzukommen, weil da ist eine unerschöpfliche Quelle an originellen Ideen und Business-Ideen oder Business-Lösungen immer für dich da. Und was wir zu Beginn angesprochen haben, warum es sich auch lohnt, daran zu arbeiten, ist diese Quantensprung-Idee. Also wir haben wirklich, ich kann es wirklich von mir sagen, Sandra, ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich habe, eigentlich bin ich entspannter als je zuvor, ich mache mehr Urlaub als je zuvor, oder ich bin, ja, ich weiß es nicht, also einfach gelassener mit allem Drum und Dran. Ich habe in diesem Jahr jedoch mehr geschafft, als je zuvor in meinem ganzen Unternehmer-Dasein. Ich habe, keine Ahnung, 30 Webinar-Trainings, etliche Kooperationsgespräche, Podcast-Interviews, Marketing-Sichtbarkeit, Kundentage, volle Praxis die ganze Zeit gehabt. Und ich hatte immer gedacht, das geht nicht zusammen. Gelassenheit und viel Zeit für mich und gleichzeitig produzieren, wirklich Dinge in die Welt bringen, also diese kreative Schöpfertätigkeit, die man hat. Ich habe gedacht, das geht nicht, aber es geht sehr wohl. Und das ist dieser Quantensprung, die möglich ist, wenn wir runterkommen. Es ist wirklich auch schwer, an Worte zu fassen, aber ich weiß nicht. Sandra, was sagst du dazu? Habe ich das gut erklärt? Was würdest du sagen zu diesen Quantensprüngen? Das ist letztendlich das, was wir meinen mit diesem Tanz zwischen Unternehmer und Geist. Wie du vorhin auch gesagt hast, Diana, du hast diesen starken inneren Antreiber und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wir als Unternehmer, wir brauchen ja diesen unternehmerischen Bist. Wir müssen dranbleiben oder wir dürfen dranbleiben und Dinge auch zu Ende bringen und sowas. Aber dann eben diesen Geistaspekt da noch zu integrieren, dann entsteht eben was ganz Neues. Und das kann heißen, dass du noch produktiver wirst und dabei gelassener bleibst. Kann aber auch heißen, dass du dich vielleicht entscheidest, einfach nur noch die Hälfte von der Zeit in dein Business zu investieren und ansonsten was ganz anderes machst. Ja, also, dass das Programm auch zeigen, was für jeden individuellen Teilnehmer genau das Richtige ist. Genau. Exakt. Ja, und... Entschuldigung, Mata, Diana. Nein, nein. Ich wollte gerade auch einfach aufgreifen auf diese Sache mit dem individuellen Erfolg, weil wir propagieren hier in dem Beyond-Programm kein wahrer Erfolg ist hier. Nein, jeder hat für den Moment in seinem Leben ein aktuelles Modell von Erfolg. Und vielleicht ist das ein klitzekleines Geschäft oder ein Side-Preneur, wie Claudia Kauscher da immer sagt, so süß, oder? Oder vielleicht ist das eine große Vision und dabei spielt das gar keine Rolle, weil wir sollen da wegkommen von diesem, es gibt nur ein Modell für alle. Genau, das ist auch ein ganz, ganz großer Schlüssel zu dieser Entspannung, finde ich auch, dass man sich für sich selber auch mal überlegt, was ist mein Erfolg? Was ist das, was ich in meinem Leben erreichen möchte, aber auch wie ich mein Leben führen möchte, wie ich mich fühlen möchte und dann danach zu handeln und nicht zu denken, oh, ich müsste jetzt auch noch dies und ich müsste jetzt auch noch das machen. Und was ich auch immer wieder erlebe bei meinen Kunden und auch bei Partnern und anderen Kollegen, dass dieses Burnout auch im selbstständigen Geschäft ganz oft vorkommt. Und das ist ja wirklich, wie ihr auch so schön sagt, nicht das, worum wir uns selbstständig gemacht haben. Oft sind wir aus Angestelltenjobs ausgestiegen, eben halt wegen dieser Überforderung und dachten, so, jetzt kamen wir das selber in der Hand und jetzt machen wir unser tolles Business und kommen aber nach gewisser Zeit dann auch wieder da rein, in diese Überforderung. Und deshalb ist es ein absoluter, wichtiger Akt, der Selbstliebe, der Selbstfürsorge, da für sich zu sorgen und zu sagen, so, ich möchte Erfolg, ja, aber nicht um jeden Preis, sondern ich möchte entspannten Erfolg und ich will meine Freude haben am Business. Weiterhin, ne? Jocka! Also, wenn ich gestresst bin, verliere ich meine Freude und meine Freude ist mein größtes Kapital, weil dann springen die Funken, dann ist die Begeisterung da, dann nehme ich meine Kunden mit und begeistere alle Leute und motiviere und mache und tue. Und das wäre einfach schade, wenn diese Freude aufgrund von Stress und so weiter verloren geht. Und deshalb wirklich auch die Empfehlung an die Zuschauer, schaut euch dieses grandiose Grundlagentraining an. Das ist ein wahnsinniges, tolles Gratis-Angebot von Schirja und von Sandra. Und ich werde auch unter dem Video den Link posten, dass die Zuschauer sich direkt eintragen können. Und, ja, bedanke mich recht herzlich für diesen tollen Live-Talk, für die inspirierenden Gespräche, die wir jetzt geführt haben. Sage nochmal ein ganz großes Dankeschön und, ja, wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit Beyond und bin ganz, ganz happy und glücklich, da ein Teil davon zu sein, eine Schwester zu sein. Ja, und, ja, alles, alles Liebe für euch. Und wir sind ja verbunden und weiterhin in Kontakt. Und danke auch den Zuschauern, dass sie ja auf dieser Reise mit uns gekommen sind und dieses Gespräch mit angeschaut haben. Ja, bye, bye, alles Liebe und tschüss. Ciao. Ciao.